Du stehst vor dem Spiegel und findest dich unattraktiv, du kommst nicht in dein Lieblingskleid oder auch Lieblingshose rein. Dein Alltag fühlt sich irgendwie so mühselig und schwer an und du brauchst jetzt sofort eine Lösung, um schnell aus der Situation rauszukommen. Und was ist dein erster Gedanke, wenn du dich entscheidest, 5 oder 10 Kilo abzunehmen? Welche Diät sollte ich machen? Mit welchem Sport verbrenne ich am meisten Kalorien? Worauf muss ich verzichten? Und was ist eigentlich der beste Fettkiller? Und oftmals scheiterst du schon nach wenigen Wochen. Das liegt meistens daran, dass du den größten Fehler machst, wenn es darum geht abzunehmen. Welcher das ist und wie du schaffst, diese in Zukunft zu vermeiden, das schauen wir uns jetzt direkt in diesem Video an. Und damit hallo und willkommen, hier ist wieder Martin, dein Gesundheitscoach und Ernährungsberater. Und ich möchte direkt gleich zum Anfang auch den größten Fehler nennen, wenn du abnehmen möchtest. Denn das, was die meisten Menschen machen, ist erstmal nach dem Wie zu fragen, anstatt sich das Warum bewusst zu machen. Und auch bei dem Warum selbst gibt es nochmal einen wichtigen Unterschied. Und genau hier möchte ich mit dir jetzt einfach mal tiefer einsteigen. Und vorweg möchte ich dir auch schon mal sagen, absolut jedem passiert dieser Fehler. Weil wir einfach in unserem Leben gelernt haben, immer sofort irgendwie eine Lösung zu suchen. Deine Probleme sind, okay, ich habe irgendwie 5 oder 10 Kilo zu viel. Die Lösung, wie komme ich davon weg? Der Verstand möchte sofort wieder eine Lösung haben, um diesen emotionalen Schmerz, den du jetzt gerade hast, nicht mehr haben zu müssen. Also kommen dir halt diese Fragen in den Kopf, wie schnell und einfach kann ich abnehmen? Worauf muss ich verzichten? Was darf ich nicht mehr? Mit welchem Sport nehme ich am besten ab? Welches Superfoods regen eigentlich wieder meinen Stoffwechsel an? Ja, und du wirst einfach so schnell wie möglich von diesem Schmerz, den du jetzt gerade in deinem Leben hast, ganz schnell wegkommen. Dadurch handelst du radikal, hast natürlich auch hohe Erwartungen, dass du in kürzester Zeit viel abnehmen möchtest. Und dann natürlich auch extrem handelst, also extrem viel verzichtest, ein extremes Kaloriendefizit, extrem viel Sport machst. Und es dann meistens dazu führt, dass du nach wenigen Wochen wieder aufgibst und total frustriert bist und von dir selber überzeugt bist, dass du einfach nicht abnehmen kannst, dass du keine Disziplinen hast und auch kein Durchhaltevermögen. Und da ist schon das große Problem, das heißt, du schaust selber immer nur auf das Wie. Ja, wie nehme ich ab? Anstatt dich zu fragen, warum will ich eigentlich abnehmen? Dann hast du dich selbst schon mal gefragt, warum du eigentlich abnehmen willst. Jetzt sagst du dir sicherlich, ja klar, glaube ich mir klar gemacht, warum ich abnehmen will. Und ganz ehrlich, das glaube ich dir auch. Und meistens die Antwort, weil ich mich nicht mehr unwohl, unattraktiv oder unzufrieden fühlen will. Weil ich nicht mehr so müde sein will im Alltag. Das sind Dinge, die du in deinem Leben nicht mehr haben willst. Und ganz ehrlich, es ist gut zu wissen, dass du weißt, was du nicht mehr willst. Ja, du willst einfach weg von diesem Schmerz, weg von dieser Unzufriedenheit, weg von diesem schwere Gefühl, von diesem Unwohlsein. Und genau das bringt dich auch ins Handeln, dass du weg davon möchtest und dadurch fängst du erst an, deine Komfortzone zu verlassen. Und das ist diese Weg von Motivation, aber die hält meistens nur nur kurzfristig. Aber hast du dich schon mal gefragt, was du davon hast, dein Wunschgewicht zu erreichen? Ja, was ändert das in deinem Leben? Was hast du davon und welche Vorteile bringt es dir, dein Wunschgewicht zu erreichen oder 5 bis 10 Kilo abzunehmen? Warum ich dir diese Fragen jetzt einfach mal stelle ist, wir Menschen tun nichts, wenn wir nicht wissen, was wir davon haben. Und genau hier steckt der ganz, ganz große Fehler beim Abnehmen. Einerseits, man fragt sich nur nach dem Wie, wie kann ich abnehmen, wie kann ich schnell abnehmen? Und das andere ist das Warum, was meistens nur kurzfristig ist, aber dazugehört. Ja, dieses Du willst weg von dem Schmerz, ich will nicht mehr das und das haben, ich will mich nicht mehr so und so fühlen. Dir ist aber nicht komplett bewusst, was du davon hast, wenn du jetzt 5 bis 10 Kilo abnimmst. Und ganz genau hier ist jetzt deine Vorstellungskraft gefragt, also deine Hinzu-Motivation. Ja, und die Vorstellungskraft ist einer der Hauptgründe, wieso die meisten Menschen keinen Erfolg haben. Ja, du hast schlichtweg verlernt, deine Vorstellungskraft zu nutzen, die du letztendlich ja als Kind ja noch hattest. Ja, also wir als Kinder hatten ja ganz viel Vorstellungskraft, wir konnten aus ganz wenig, was wir haben, ganz viel machen, uns ganz viel vorstellen. Wir hatten Fantasie. Nur wir haben es halt mit der Zeit verlernt, weil uns natürlich auch aus dem Umfeld erzählt wurde, hör auf zu träumen. Ja, du bist ein Tagträumer. Lebe in der Realität. Die Realität ist hart. Träume sind Schäume. Ja, und durch solche Aussagen wird deine Vorstellungskraft immer weiter nach unten gedrückt. Und das hindert dich letztendlich auch, deine Ziele, also eher gut dein Wunschgewicht zu erreichen. Ja, und so schaffst du es letztendlich auch, dir nicht nur bewusst zu machen, okay, was möchtest du in deinem Leben nicht mehr haben. Das ist gut, das ist immer der Anfang. Aber dich auch zu fragen, okay, was willst du denn in deinem Leben haben? Wie stellst du dir dein Leben vor? Wie möchtest du dich wieder fühlen? Und wenn du dir genau das vorstellen kannst und dir bewusst machen kannst, dann motiviert es dich letztendlich auch langfristig. Dann hast du ein Motiv, was letztendlich von dir selbst emotional aufgeladen ist. Weil ganz ehrlich, wir Menschen sind emotionale Wesen. Wir tun alles aus Emotionen heraus. Auch wenn wir denken, okay, es war rational und du hast es dir begründet aus dem Verstand. Letztendlich tun wir alles aus Emotionen. Weil Emotionen ist Energie in Bewegung. Emotion. Und das ist nämlich auch der Hauptgrund, dass wenn du abnehmen möchtest, tuchst du das ja letztendlich aus einer Emotion heraus. Also du wirst weg von einem Schmerz, weg von einem unangenehmen Gefühl hin zu einem angenehmen Gefühl. Und wenn es dir darum geht, 5 oder 10 Kilo abzunehmen, einen flachen Bauch zu bekommen, straffe Arme oder auch Beine zu bekommen, dich wieder attraktiv zu fühlen. Dann geht es dir selten nur darum, irgendwie dich äußerlich nur zu verändern. Das ist das, was dir bewusst ist. Das ist das, was du äußerlich siehst. Äußerlich siehst du deine Baustellen. Aber innerlich geht es dir um ein Gefühl. Und deswegen kann ich dir auch hier sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung mit Dutzenden von Kundinnen, die ich betreut habe. Aber abnehmen, Gewicht verlieren ist letztendlich immer ein emotionales Vehikel, damit du dich anders fühlen kannst. Und ich möchte auch hier gerne ein persönliches Beispiel von mir bringen. Denn bevor ich das hier gemacht habe, hatte ich vorher 10 Jahre einen anderen Job. Bei einer Krankenkasse, als Kundenberater, Sachbearbeiter. Und ja, es war einfach ein Job. Der hat mir keinen Spaß gemacht. Okay, ich habe Geld verdient, aber das war es. Und bei mir kam dann irgendwann der Punkt oder der Tag, wo ich dann so an meinem Schreibtisch saß, rausgeguckt habe aus dem Fenster und mich gefragt habe, was mache ich hier eigentlich? Das ist so sinnlos, was ich hier tue. Also für mich persönlich war es sinnlos. Und das hat in mir so viel Schmerz ausgelöst. Und ich mich auch gefragt habe, okay, und das soll ich jetzt noch 40 Jahre weitermachen? Auf keinen Fall. Ja, also da ging sofort bei mir dieser Schmerzpunkt hoch. Es wurde mir bewusst und ich wollte weg davon. Und die ersten Wochen war ich so absolut hilflos. Ich wusste gar nicht, okay, was soll ich denn sonst machen? Und dann kam so nach und nach eine Vorstellung. Hey, was wäre denn eigentlich, wenn ich mein Hobby zum Beruf mache? Wenn ich meine Leidenschaft, das, was ich gerne mache, noch weiter ausbaue und damit Menschen helfe? Hey, wie würde es sich denn eigentlich anfühlen, wenn ich halt wirklich morgens aufstehe und sage, ich habe Bock, ich habe Spaß an dem, was ich mache und kann damit sogar noch Geld verdienen? Und wie krass fühlt es sich an, endlich mal einen Kunden zu betreuen, ihm von A nach B zu helfen? Die Probleme dieses Menschen zu helfen und zu sehen, wie er sich transformiert? Das habe ich mir als nächstes bewusst gemacht. Also ich habe meine Vorstellungskraft aktiviert und habe mich in die Situation begeben, wenn es so ist und habe es emotional aufgeladen und kriege davon immer noch Gänsehaut, wenn ich daran gedacht habe. Und für mich war dann auch der Punkt, okay, ich wusste, was ich nicht mehr wollte und genauso wusste ich, wohin ich wollte. Also ich hatte eine Vorstellung, wo ich hin wollte und dann kam das wie, okay, wie komme ich da hin? Wer kann mir dabei helfen? Und wie du siehst, letztendlich hat es funktioniert. Genauso auch bei einer Kundin. Eine Kundin hatte bei mir Ende letzten Jahres angefangen und wollte 10 Kilo abnehmen. Letztendlich das, was wir über die ganze Zeit geschafft haben, war außerhalb ihrer Vorstellungskraft, dass das alles möglich ist. Und wir haben letztendlich erst wieder gesprochen und das Ziel ist, nochmal so 3-4 Kilo abzunehmen. Aber irgendwie ist die Motivation nicht so da. Das Gewicht, die minus 10 Kilo werden super gehalten, das ist schon das neue Normal geworden. Aber so die letzten 2-3 Kilo, ja, da fehlt so ein bisschen an der Motivation. Dann habe ich einfach nur gefragt, okay, was hast du denn davon, diese 2-3 Kilo noch zu verlieren? Stell dir mal vor, was sich dadurch in deinem Leben noch verändert. Das ist der Punkt, wo die Umsetzung stattfindet, weil was zu tun ist, also zwecks Ernährung und Bewegung, das ist ja vollkommen klar, weil irgendwie wurden ja diese minus 10 Kilo erreicht. Aber das, was an dem Umsetzen hindert, ist der Punkt, ja, was habe ich denn davon? Und das ist meistens nicht bewusst. Und nachdem wir das auseinandergeklüsert haben, wurde auf einmal wieder klar, okay, hey, das und das würde sich bei mir jetzt noch verändern und das hätte ich davon und das würde es in meinem Leben noch besser machen. Okay, dann ist ja die Motivation, ja wieder da, die Dinge umzusetzen und auf einmal kriegen sie wieder eine Wichtigkeit. Und genau das kriegen halt meine Kunden alles an die Hand. Also einerseits das Wie und gemeinsam erarbeiten wir auch das Warum. Weil, ganz ehrlich, und das merke ich jeden Tag, wenn ich mit meinen Kunden spreche, das Schwierigste an dem Ganzen ist die konstante Umsetzung. Und nicht das Wissen, ja, weil sich natürlich auch im Alltag Prioritäten verschieben, ja, und schon hat man auf einmal keine Zeit mehr, um sich, um das Abnehmen zu kümmern. Und ganz ehrlich, Zeit hat niemand. Man nimmt sich die Zeit für die Dinge, die einem wichtig sind. Und Abnehmen ist dir nur dann wichtig, wenn du weißt, was du davon hast, ja, welche Vorteile du davon hast, ja, und du letztendlich auch weißt, okay, wenn ich jetzt abnehme und das als Priorität sehe, was alles Positives verändert sich dadurch in meinem Leben. Und auf einmal wird es dir wichtig. Und dann hast du auf einmal die Zeit dafür oder nimmst dir die Zeit oder findest Wege, dir Zeit zu schaffen. Und genau ab diesem Punkt kommt ja wieder dieses Wie ins Spiel. Also wenn dir das Warum klar ist, was du davon hast, was du nicht mehr willst und was es in deinem Leben verändert, genau jetzt kommt das Wie in das Spiel. Weil ganz oft wird dieses Warum, dieses Vorstellen des Ganzen, was ich davon habe, komplett übersprungen und man hat dieses Problem und sagt, okay, äh, wie? Wie komme ich jetzt da hin? Und wenn dir das bewusst ist, kannst du aktiv nach Lösungen suchen. Ja, und genau das mache ich ja mit jedem Einzelnen, der zu mir kommt. Und ich motiviere dich nicht extrinsisch, dass ich sage, ju, du schaffst das und Attacke, sondern ich helfe dir, dass du dich immer wieder intrinsisch motivieren kannst. Ich stelle dir die Fragen, die nötig sind, um deine Vorstellungskraft wieder zu aktivieren. Und so schaffen wir gemeinsam halt auch Klarheit und was du davon hast abzunehmen, was ist in deinem Leben verändert und stärken damit letztendlich. Deine Vorstellung stellt dir die Fragen, die dir die wenigsten Menschen stellen, so, okay, was ist dir wichtig im Leben, wie soll dein Leben aussehen und schaffe dir natürlich auch dafür diesen Raum. Und gleichzeitig gebe ich natürlich auch dir die Struktur für die Ernährung und für Bewegung und das komplett angepasst an deinen Alltag, damit es auch für dich in den stressigsten Phasen immer noch leicht umzusetzen ist. Und so vereinen wir letztendlich das Warum und ich gebe dir das Wie an die Hand. Aber was kannst du jetzt direkt nach diesem Video für dich tun? Das Wichtigste ist jetzt für dich, bevor du jetzt wieder anfängst, nach der nächsten Diät zu googeln und mit welcher Sport du schnell abnimmst, nimm dir mal Zeit und Raum und frag dich halt selbst mal, okay, was habe ich davon, 5 oder 10 Kilo abzunehmen? Was ändert das in deinem Leben? Was wird dadurch für dich besser oder leichter in deinem Leben? Was kannst du dann wieder tun, was du jetzt gerade mit diesem 5 oder 10 Kilo mehr nicht tun kannst? Was für Möglichkeiten hast du denn auf einmal wieder? Wie fühlt es sich für dich an, wenn du wieder dein Lieblingskleid anziehen kannst und dich selber wieder wohlfühlst? Wie fühlt es sich für dich an, vor dem Spiegel zu stehen und dir gefällt, was du siehst? Du fühlst dich mit dir im Reinen, du fühlst dich mit dir zu Hause. Du bist wieder in Verbindung mit dir, du spürst dich wieder richtig. Wie fühlt sich das an, wenn das auf einmal wieder da ist? Wie fühlt es sich an, wenn du plötzlich von einen Seiten Komplimente bekommst? Sagen, hey, siehst du aber echt gut aus, du hast dich ja richtig gut verändert. Wie würde sich das für dich anfühlen? Schließe doch wirklich mal deine Augen und stell es dir vor. Nimm dir die Zeit dafür und lade es vor allem mit Emotionen auf. Stell dir diese Fragen, die ich dir jetzt mitgegeben habe. Schließe die Augen und schau mal, was für Bilder kommen. Und schau mal, was für Emotionen dabei hochkommen und lade das Ganze emotional auf. Weil dann hast du auf einmal eine Vorstellungskraft und dein Warum. Und begib dich direkt in deiner Vorstellung in diese Situation hinein. Man nennt es letztendlich auch gerne träumen. Aber wir alle haben es ja erlebt, ja, hör auf zu träumen, sei realistisch. Du kannst eh nicht abnehmen. Abnehmen ist super schwierig. Zack, kommt wieder der Verstand rein. Und wir hören auf zu träumen, uns Dinge vorzustellen und emotional aufzuladen. Aber das ist letztendlich das, was uns in Bewegung bringt. Wie gesagt, Emotionen bringen uns in Bewegung. Aber wir sind meistens halsabwärts komplett abgeschnitten und nur im Kopf. Immer nur im Wie. Funktionieren und wie. Aber nicht in Verbindung mit uns selbst zu sein. Okay, was fühle ich denn gerade? Was ist denn jetzt gerade da? Und sich das mal bewusst zu machen, sich dafür mal Raum zu nehmen. Weil nur, was du dir vorstellen kannst, kannst du letztendlich auch erreichen. Nimm das gerne für dich mit. Nimm dir da mal Zeit. Stell dir die Fragen. Und wenn du dabei Hilfe haben möchtest, dich wirklich mal innen drin sich zu motivieren, wieder eine Verbindung zu dir aufzubauen, dich selbst wieder zu spüren und einen klaren, roten Faden zu haben zu deinem Wunschgewicht, damit du diesen Weg halt wirklich nur noch einmal gehen musst, dann steht es dir vollkommen offen, mit mir in Kontakt zu treten. Wir tauschen uns gerne mal aus. Dann lerne ich dich auch mal kennen. Lerne kennen, okay, was hält dich gerade davon ab, abzunehmen. Warum möchtest du abnehmen? Wo möchtest du hin? Und wie könnte für dich dieser rote Faden aussehen? Da können wir uns ganz entspannt mal zusammensetzen, uns austauschen, uns kennenlernen. Und dafür kannst du natürlich sehr gerne bei mir einen Termin buchen. Den Link zu meiner Webseite findest du unten in der Beschreibung. Schau dich gerne um. Und dann kann es auch schon sein, dass wir uns in den nächsten Tagen mal persönlich sehen. Dann danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns natürlich wieder im nächsten Video. Mach's gut.